Musik Oh Mutter, deine Großartigkeit feiernd, um dein Wohlergehen besorgt, alles liebend, was du für uns bist. Tanzen wir in deinem Rhythmus, denn wir sind nur ein Teil von dir. Wir könnten ungefähr, die Leute haben mir ein Gefühl vermittelt, keine eindeutige Zahl, wir könnten erreicht haben, oder wir haben fast, etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden Menschen haben seit dem 21. März über Boden gesprochen. Aber das ist nicht gut für uns. Wir wollen drei bis vier Milliarden Menschen. Drei bis vier Milliarden Menschen bedeutet 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung des Planeten. Wenn sie sprechen, dann kann kein demokratisch regiertes Land dies ablehnen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist so großartig. Er ist eine Legende und er ist ein Geschenk von Gott für die Menschen, für die Erde, für den Boden, für alles. Es ist wirklich eine großartige Sache, die er jetzt macht, so ein Publikum zu versammeln und über die Rettung des Bodens zu sprechen. Und ich werde diese Nachricht mit meinen Freunden, mit meiner Familie teilen. Und natürlich ist dies eine sehr ernste Nachricht und wir müssen ihr nachgehen. Es ist eine wunderbare Präsentation. Wir haben eine sehr gute Zeit. Rettet den Boden! Rettet den Boden! Rettet den Boden! Lasst es uns wahr machen! Rettet den Boden! Untertitelung des ZDF für funk, 2017